Ein Volkswagen Passat steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 60.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2012. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Tempomat und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 160 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017